Zeit den guten Tuntulus einen Besuch abzustatten in einem neuen Part von Zwickin of Mana. Willkommen zurück. Ich sag schon von vornherein Zwickrit mittlerweile, das hat sich schon so eingebürgert. Oh Junge, hier so ein Auge. Oh nö. War klar, dass ich wieder gezau... Oh, guck mal, der spawnt die hier. Da wird ja richtig schön jetzt. Das wird ja richtig schön. Können wir direkt mal ein bisschen zaubern hier. Direkt mal ein bisschen, äh... Ja, was zaubert man denn da mal? Flammgas. Gas mit Gas. Reicht jetzt auch mit dem Orkan hier. Schönen Blitzschlag, Level 2. Ich mach hier wieder. Gummibären. Hüpfen hier und dort. Und was machst du da? Achso, das bin ich. Sorry. Das sind die Gummibären. Das fand ich so gut. Flammengas. Tötet hier und dort und überall. Es ist für dich da, wenn du es brauchst. Das ist das Flammengas. Boah, Alter, ey. Kommst du her? Wenn du bist über der Bitterstuf... Oh, wieso, wie im Level 3? Fick dich! Oh, der Dirk ist wieder schön, wir gehen trotzdem um. Steht die da noch? Sehr schön. Jetzt wissen wir auch, wie wir sie dann auch endlich in den Garten stellen können. Bewegen tut sie sich von selbst. Äh, ist hier nichts? Nein. Okay. Tontolos ist woanders. Na, euer Tontolos ist in einer anderen Kasse. Na, gehen wir erstmal hier hoch. Was ist das denn? Alter, der ist ein Disco-Zombie. Ohne Schau, wehe der... Achso, Turbo-Antrieb. Junge, was? Angsthetzer. Warte, da musst du eigentlich so ein Thriller, Alter. So... Der macht das sogar, Alter. Der macht das sogar, Alter. Der sagt der Sack. Oh, Junge, man hat mehr Spaß hier. Unglaublich. Ja, die wollte mich gerade anrotzen, der Sack. Werden die auch wieder gespawnt durch irgendjemanden? Tomatenmann? Zucchini-Mann? Zucchini? Zucchini-Mini? Aubergine? Aubergine. Ach, vielleicht ist das Auge... Oh nein, nicht zu nah ran. Ich dachte gerade, das heißt Hodenauge, Alter. Nein, Hades. Ja, ja, hab ich auch gesehen. Ich dachte ja, das war schon, ey, ich dachte ja, okay, fuck you serious. Hast du... Leu, du hast so ein Auge da anvisiert. Nein. Aber die kriegen wir... Die sind einfach zu besiegen, diese Augen, das ist das Gute. Guck. Ja, okay. Ist mir immer noch nicht aufgefallen, wirklich. Aber ist so wahrscheinlich. Jawohl, richtig auseinandergenommen. Gehen wir erstmal hier dann. Aaaaaa... Laa... Laa... Die... Die Hecke schnell, dieעם. Waraa, jihuuu. Und nochmal schöne Steinfalle. Nee, doch nicht. Heilkräuter. Okay, oh nicht schlecht. Wirst du schon wieder die Dürung hier wieder mal reinbringen? Oh ne. So, komm. Was ist das quell, tier PC-Täuflchen oder so? Rachhänge. Okay, nimm mal denn da mal. Oh! Ossmakugrenonati! Lotusauauger! Smakugrenonati. Ja, da kommen wir wieder im Silvester-Video und können wieder viele Insider aufklären. Oh Mann, wir sind echt stark. Alter, sind wir stark. Level 29 schon erreicht. Moment, gehen wir hier... Gebt sie schon weiter? Nee, kann nicht sein. Diese Scheiß-Videos. Das ist so eine richtige... Schön ignorierende. Valley of the Damned ist das hier, Alter. Keine Ahnung. Oh, da... Ja, hier, da ist er! Mal sehen, wie der jetzt heißt. Tomatenmann. Es ist ein normaler Tomatenmann. Es ist und bleibt ein Tomatenmann. Dann sollte die Schlammbombe auch wirken. Das tut sie! Sehr effektiv. Das tut sie. Ey, diese Zombies sind echt zu geil, Mann. Bam! Sehr gut, Alter. Mann, Trilly, ey. 100. Geben die alle, die... Ja, Mann. Aha. Schwert auch erhalten. De, 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 de. Lanzen-Op. Extra für dich noch mal. Noch eine Bugaltruhe. Ey, du erhältst hier 50 Mal Lanzen-Op und irgendwann komme ich da mit meinem Schwert. Weil, da kommen die besiegen wir jetzt noch mal hier. Nein. Schön, leveln doch. Wir müssen leveln, wir sind doch schon viel zu tun. Ja, egal, das ist noch mal gut. Dann bist du hier bei der richtige lame Runde. Ja, komm, die auf die zum Scheiß-Mähre. Ich lade gerade auf. Nimm du den oberen. Cut the three. Fick dich! Den oberen. Wo ist der Mountain, wenn man ihn braucht? Mach mal die schönen Spoiler hier. Da war ja keiner. Da ist er jetzt nicht. Schon zwei Jahre alt. Oh, Trilly, da kann man dann auch mal hier. Ein Jahr. Da wollen wir nicht übertreiben, ne? Letztes Jahr war das ausgelaufen. Ja, ja. Das war das hier. Ja. Sag mal, letztes Jahr war das. Ich hab auch der Freizeit. Schon mal. Trilly, du Busen, du. Ja, wohl, die doch ein Jahr, ja. Aber natürlich, die hat ein Jahr, ja. Kann man ja auch nicht, weil da jetzt drüber diskutieren. Nee, nee, nee. Geht die rechte Tür, ist bestimmt noch nicht. Ja, war klar. Das ist vielleicht ja jetzt mein Schwert-Ob. Hey, Schwert-Ob. Es gibt hier Content-ID-Strikes von Obama. Wieso das? Achso, ja, klar. Das wird kein Mensch checken, Alter. Niemand wird das checken. Aber Obama. Ne? Weil Obama. Weil Obama! Junge, wie hast du das so aus, man? Einfach nur mit Waffengewalt. Schön brachial hier rangehen. Da wirst du dir sicher. Wie muss das sein? Wie muss das sein? Hulio! Schön Inse-Nix. Inse-Nix! Ich hab auch noch nicht mehr. Inse-Nix! Ja, schön. Ghost! Huahii! Äh, hihihihi! Burn and burn and dun dun dun! Ich krieg hier gleich nen Raster, ey! Oder epileptischen Anfall. Seid die Swarfen wäre gestiegen. Sehr schön. Axt erreicht, Alter 4. Boah, Alter, jetzt kann ich richtig ausrasten hier, Alter, 4 aufladen. Uhuhuhuhu! Was das Ding ist, was ich immer so krass finde, erste Folge Secret of Mana, der Typ war mit seinen Freunden am Spielen im Wald. Ja. Und jetzt töte er ja einfach alles an weg, ey. Er ist doch immer so, Mann. Ja, ich weiß. Das ist wiss. Running Gig bei den Mann. Alter, der beste Beispiel ist immer noch Far Cry 3. Party machen auf der Insel. Ja, so, ja. Und am Ende ein übelster Terrorist und so, ey. Ja, trifft nicht. Will nicht. Soll nicht. Du willst schon weiter gehen, ne? Natürlich. Du hast Glück gehabt, dass die Border-Tab. Boah, Trilly, sehr gut. Der Omen-Glotzer. Der Mati-Hack nochmal ein bisschen Gymnastik im Hintergrund. Schwert-Ob, 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 Schwert-Ob! Ganzen-Orb erhalten! Boah, behalten? Ey, Hauptsache du und Trilly kriegt eure Bafs, ne? Die Junge, ey. Das wird immer besser hier. Scheiße, Alter. Wie, der zappelt uns noch. Der wird nicht gezappelt. Der wird nicht lang gezappelt. Geht direkt weiter. Ja, okay, komm. Ihr habt ja Wochen auf diese Glotzer. Herr Moonwalk, den ich plant. Da kriegt sie noch ein Hakenkreuz ab, ey. Unglaublich. So, und jetzt durch die dicke Tür in der Mitte. Durch die dicke, dicke Tür. Die dicke, dicke Tür. Da ist die Hecke zappelt. Vor der dicke, dicke Tür. Oh, Trilly lädt auf. Trilly lädt wieder auf. Ja, und jetzt kommt er. Ich schieße jetzt daneben. Spitzenmäßig. Das ist so geil, wenn man stark ist. Das hat sich auf jeden Fall glüht. Fick die Hände, das ist unglaublich. Jetzt kriegt sie uns alle nochmal ein. Wui. Zum Ninja. Heilbar Wasser. Heilbar Wasser. So, hier können wir uns nochmal durchbomben. Bad State, Bad State, Ninja Technik, Button Mashing. Bringt zwar nichts, aber ist mir egal. Sieht cool aus. Nein. Der ist konfus. Der will ich so, als wenn ich gerade in den Nacken tritze. Oh. So wie der, der bei Last Samurai umgetreten wird. Oh, Smaku. Oh, Smaku Granatu. Oh, ne Mimik, ey, krass. Ne richtige Mimik. Hat er hier von ich schon lange? Ne, ich glaube noch nicht. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Oh, du, oh. Ja, heil, 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 heil. Tot. Schnell. Ja, heil, bring jetzt auch nichts. Äh, Lebenswasser. Oder heil dich erstmal. Also, bist du bewässert. Alter, rastet die aus. Jetzt noch schnell ein, äh, heil, was? Ja, neben haben wir ja Chocolat. Ach so, sinnvoll. Chocolat rain. Some step up. Killt die doch mal jemand. Nein, tritt die schon wieder tot. Was? Alter, fuck. Und ich spiel auch irgendwie gar nicht mit, gerade. Warum nicht? Asaga! Asaga! Alter, drei Lebenswasser verschwendet man. Wir brauchen die für den Boss. Nein, der wird locker wieder mega easy. Wieso spiel ich denn nicht mehr mit? Hallo? Ey, Katschspiel! Ja, jetzt. Boah. Schließen die mich einfach aus hier. Ja. Hardcore Challenge! Wir kämpfen nie wieder gegen eine Mimik. Das ist jetzt mal liegen lassen. Ach so, die haben auch nichts gebracht, ne? Nein. Ja, gut. Nein, oder nicht. Ich dachte, die bringt halt was. So wie bei... Die whole Dark Souls. Die killt uns tausendmal. Nein, ich dachte, das ist so wie bei Dark Souls. Das ist ja, oh, du besiegst die und dann ist gut. Ja. Aber das war jetzt echt, äh, für den Arsch. Das war echt, äh, für den Arsch. Ja. Der ist aber auch nicht gedacht, dass er sich weg ist. Ich gehe jetzt zwei auf ein, pass auf. Zwei auf ein! Zwei gegen ein! Zwei gegen ein! Oder doch nicht. Dippt, tippt, 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 tippt. Wer ist jetzt? So. Nö, 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 nö. Da erkennst du dagegen neun Stück auf einmal. Oh, die move'n mir wieder vor. Warte. Was hast du vor? Eigentlich nur mal hier. Achso. Ja, doch, komm mal, Mann. Das kann man machen. Ja, wir haben ja Weihmüsse. Nur kein Lebenswasser. Aber Weihmüsse haben wir noch zwei. Eins haben wir noch. Zwei. Eins. Und noch eins. Oh, zwei. Ich hab echt... Ja, ich weiß. Ich merk schon. Ist okay. Aber hier ist nichts. Gut. So ein Arschlochraum wieder. Ach komm, die halten noch nix aus hier. Ja, komm. Ich hab da nebengauen. Ich hab da nebengauen, Mann. Yes. Das ist doch ein Schlichter. Ja. Du hast echt mit deiner Lanze zu kämpfen, Mann. Ja, ja. Ich bin der Gegner. Die Lanze ist der... Das hier ist Startsfight Nummer eins. Kack, Lanze. Kack. Schade, Lanze. Schade, Lanze. Kriegst du schon so richtig den Hassflos im Hals, wenn du so einen Raum siehst? Hauptsache nicht kämpfen, ne? Ich will jetzt so danken. Das ist hier die... Tut folge. Ja, das kriegen wir in der Folge noch hin. Keine Sorge. Ich will jetzt ein Schwert obhaben, Mann. Gehen wir erstmal unten lang. Oh, Stachel. Was haben wir denn hier? Da geht's nicht schon weiter. Da sagen wir hier. Nichts. Vielleicht geht's da unten schon weiter. Fagigate. Boah. Fagigate da. Ja. Fagigate. Oder ich glaube, da geht's weiter. Da sind Stacheln vor. Da unten ist ein Dor. Da müssen wir erst nach unten. Oh, scheiß drauf, komm. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Falsche Richtung. Oh, das geht nicht. Okay, da müssen wir wohl doch erst noch 9. Der schiebt den Zombie, ey. Ach, da hinten war das. Ja, genau. Nein! Oh, Glück gehabt. Wir werden hier weiter einfangen. Auf Zappelfügel hatte ich jetzt keinen Bock mehr. Das hat ihn ja gerade so ein Flickflack gemacht. Die Hack ist ein bisschen überaktiv heute. Das waren die Moves. Das ist Hyperhack. Hyperhack. Ah, 50 Schaden. Ich treffe hier noch nicht. Das ist doch so scheiße. Das ist doch so scheiße hier. Aber warum nicht? Liegt das an der Lanze oder was? In der Schattenland zu kommen. Schattenland zu kommen. Du triffst einfach nicht, weil du viel zu weit weg haust. Irgendwie kannst du nicht weiter aufladen schon. Ja, aber ich habe keine Mimik. Oh, du ey. Ich traue den Kisten nicht mehr. Oh, was? War noch ein Bonbon. Was wollen wir denn jetzt mit einem Bonbon? Das bringt doch gar nichts mehr. Ich meine, klar, gut, wenn es gut am Mann ist, der ist ja auch ein Bonbon nicht zu verschmiegen. Oh, nein. Nein, da ist ein Scheitermann. Ja, ich wollte gar nicht raus. Ich habe auf dich viel Kultus gesehen. Ja, ab ihn gedrückt. Ein seltsames Geräusch. Ah, nein, scheiße. Das war die falsche Tür, oder? Nee. Nee, das ist richtig. Das gab ihn allen. Okay. Wir sind bestimmt die Zacken weg. Dann können wir da unten auf den Schalter. Da wird die Zacken duster. Zacken duster. Oh, Mann. Hier lang, Alter. Rechts. Ja, ich habe wieder auf dich geguckt, Mann. Was machst du denn? Sehe ich aus wie eine Heck? Uh, uh, uh. Chimoni. Zombie ist einfach so ein Japanischen. Oh, ne, doch. Hinter euch ist eine Tür erschienen. Ach, nee. Dö, dö, dö. Hat man ja auch nicht gesehen. Sobald so ein Schleim aufs Roch, weißt du schon, du kämpfst nicht mehr weiter. Nee, nee, klar. Das ist... Ja. Ich weiß ja schon, wenn manche Zombies sind, soll ich nicht mehr weiterkämpfen. Aber den Schleim ist wirklich vorbei. Ja. Die Leute sitzen da jetzt wahrscheinlich alle. Oh, wie können die denn so viel EP liegen? Lass uns den Lutz mit dem Mann EP. Ja, wir sind schon gut gelevelt, Leute. Wir haben ja in dem E3-Part ordentlich gegrindet da. Ja. Das hat es auch wirklich... E3-Part war ganz gut. Der hat uns hier sehr... Scheiße, ich glaube, wir mussten erst woanders lang. Lass mal zurückgehen. Erst zu der Tür da oben, weißt du. Ist die auch weg? Ja, da sind die Starren auch weg. Weil das geht hier schon so weit weiter, das kann irgendwie nicht stimmen. B, C, D, E, F, D. Ja, jetzt. Das ist kein Kämpfen, das ist zur Seite schieben. Ah, ja, da. Diese Dungeons, ne, die sind manchmal so einschläfernd, das ist unglaublich. Ja, weil die Gegner so scheiße sind. Ich meine, du kannst ja diese Blobs, brauchst du ja gar nicht anfangen gegen zu kämpfen. Weil die sowieso nicht stimmen. Ja, und die auch mit ihrem Scheiß. Ich botte mich weg, ich mach hier. Dann fallen sie mit jedem Scheiß auf der Fresse noch. Ja, und du triffst sowieso nie, wenn du schläfst. Und ich triff die sowieso nicht. So, hier. Oh, ja, komm schon. Schwertob, Schwertob, bitte. Ja, endlich. Ja, aber jetzt bringt es trotzdem nicht weiter. Yes, ein Bug, ja. Ein Schwertob-Bug. Ja, geil. Gleich zwei auf eins. Das ist aber so geil, Mann. Dann sparen wir uns einen ein. Herrlich, direkt zwei Schwertob's. Wunderbar. Gott, der will, ey. Guck mal, dann hab ich euch ja wieder eingeholt. Ihr habt zwar immer noch einen mehr als ich, aber sonst passt. Ja, ich glaub, der ballert dich halt einfach viel höher. Also viel extremer noch, Mann. Ihr habt trotzdem nichts gebracht, oder? Hä? Ja, jetzt haben wir den Schwertob. Ja, aber die Schalter sind ja trotzdem nicht, die Stacheln sind ja immer noch. Welche? Ja, da hinten, aber da geht es ja jetzt weiter. Da ging es ja noch durch. Die haben uns ja nicht den Weg versperrt, die Stacheln. Ach so, alle. Ich dachte, ich würde vorhin nicht Orbs liegen lassen, ey. Ja, das wäre so bitter gewesen, ey. Deswegen gut, dass wir zurückgegangen sind. Wo gibt es hier die Schwertob? Warum ist hier kein Schwertob, Mann? Ja, wenn ihr die nicht einsammelt. Die Idioten. Oh, Granadu. Ist Mago Granadu, kriegt die noch eine, oder was? Und der 10, niemals wäre der Angriff, schön verpackt, alles wieder. Alles wieder schön hier, wir spielen wieder die, Cheats auf Mana. Cheats auf Mana. Bugals auf Mana. Kojonis auge hier, ey. Mit Wawnauge, ey. Weil, Leve 30 schon. Leve 30. Leve this is more wanted. Leve this is more wanted. Also wenn du die alle wollen, dann kannst du natürlich auch sexy, ne? Nein, ich lasse mich jetzt mal. Sehr schön. Entschuldi. Daneben. Huiiii. Voll daneben geschaffen. Ich glaube, wir sind gleich da. Tontolos. Tontolos, jawoll. Wird Zeit, dass wir den nochmal in den Arsch treten. Oder endlich mal. Hardcore Challenge. Hardcore Challenge. Challenge. Aber. Oh, Bastein. Oder ist sie? Ah, diese Fickwand. Machen wir jetzt erst das Essen für alle einmal hier nochmal. Und eine Analyse, bitte. Und die Kampffläche ist kleiner. Jetzt müssen wir richtig aufpassen, sonst sind wir gleich Matschel. Bleinova. Ja, aber wir sind dann einfach so mighty, dass es... Ja, wir bumsen die jetzt weg und zwar richtig hart. Hüllenmauer. Analyse. Oh, guck mal, der hat ja nichts. Ja, der Nix hat die. Ja, toll. Laterne haben wir nicht. Dann müssen wir mit Waffen kämpfen. Ich guck mal, ob ich die vergasen kann. Ja. Vergas die Höllenmauer. Und mein Level 3 ist halt so das stärkste, den wir haben. Ja. Nicht schlecht. 1000 hat die ja nur, ne? Ja. Das kriegen wir hin. Einfach die Zauber. Einfach die Zauber. Weil wenn die sich nicht heilen kann, dann haben wir die Zauber-Spam. So, es ist... Die kann sich locker heilen. Ja, aber... Weil nüsst. Wenn wir ihr... Oh. Wenn wir ihr die halt, die Violation halt nicht geben. Ja. Das ist ja das Geile, wenn du halt weißt, die hat nur 1200. So, dann kannst du einfach schnell alles drauf und die ist jetzt auch locker tot. Nee, noch nicht. Ja. Okay, wir sind doch mal sicher hier. Ja, das hat sie gleich. Die sagt gleich Tschüss. Uwe, uwe, uwe. Und da heißt sie sich auch schon. Da bin ich nur 300. Guck, guck, dann hat es auch schon auf Level 3. Das sieht alles gut aus. Sie stirbt einfach nicht. Hau noch einen rüber. Komm, jetzt aber. Oh, mein Gott. Überraschung. Überraschung. Ja. Yes, sei ich auch. Richtig zerstört, Mann. Ja, aber... Muss ja auch sein jetzt. Hätten wir uns doch nicht geben können. Tutu los, trete dich. Versteckt er sich hier noch hinter Mauern? Weil der Esel, der Mauert sich einfach zu, Mann. Er kann sich ja durchbauen. Ja, stimmt, der aus dem Äther wieder. Ich bin sicher. Er ist sich wieder sicher. Sicher. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Pechner, er halten. Einmal ein bisschen zu früh. 4Lift 30. Wir verkackt. Tutu los, wo bist du denn? Achso, die sagen wahrscheinlich eh nix. Machen wir jetzt mal höher. Laber mich nicht vor. Oh, Hagen. Hagen! Hagen. Ach, muss ich? Hä? Soll ich den? Yeah. Heck. Endlich. Hagen! Es geht dir gut. Was macht die denn da für einen Move? What the fuck? Hey, was machst du? Sie gehört mir. Was hast du vor? Tantalus braucht ihre Hilfe. Hagen, ich dachte, du liebst sie. Na, warte, du Schuft. Axtschlag. Heck. Heck. Oh, Junge, du zerstörst nicht. Oh, du bist so ein Arsch, Mann. Das hab ich gebraucht. Es tut mir leid. Hilf ihr, Zeddy. Ja, Mann, du Arschloch, Alter. Geht durch die Tür hinter mir. Klar, sie rehabilitiert, indem du die eine mit der Axt gezogen hast, oder was? Heck ist hinüber. Fuck, du bist tot, Alter. Und aus der Gruppe raus. Du bist so heftig gestorben, dass du aus der Gruppe geflogen bist. Ich glaube, die hat kein Internet mehr. Oh, ja. Scheiße. Heck. 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 Ah. Bleibt, wo ihr seid. Gut. Sie hat sehr viel Lebensenergie. Was zum... Hey. Aufhören. Wo bin ich? Da bist du wieder. Vollgeheiz, der da. Heck lebt. Tatsächlich. Jetzt wird's Zeit. Ah. Das ist Hagen. Er hat hier seine Lebenskraft übertragen. Was glaubt ihr eigentlich, mit wem ihr es hier zu tun habt? Mit einer Schwuppe. Jetzt reicht's mir. Mit euch. Panikmeister. Mann, tuntelos, Alter. Der kann doch nichts selber machen. Was ist der Boss? Okay, komm, Analyse. Analyse. Ohne Drüse. Das ist... Fuck. Ah. Jetzt. Die, 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 die. Das ist die Analyse-Drüse, ist das. Aber den Tantelos hast du ja wieder sehr schön gesprochen. Der ist ein Tantelos, Mann. Der muss ja auch Badass sein. Panikmeister. Ah, der hat ja. Okay, dann wieder. Gas. Einmal wieder Gas. Dann machen wir gleich. Geben wir wieder Gas hier. Gas geben. Das hat er jetzt an... Ab, ich hast gar nicht gehört. Äh, nö. Ach, der hat... Den kriegen wir irgendwie down. Und einfach drauf an. Joa. Stopp. Hat sie die Zauber fertig? Hab ich eben nicht geguckt. Ne, sechs haben wir noch. Sehr schön. Oh, Smaku. Granato. Und ich lad mal meine Axt auf. Dankeschön. Oh, bitte geil. Da kam der Impact. No! Haben wir noch eine Walnuss? Ja, locker. Das ist voll chillig, dass du jetzt auch angreifen kannst, wa? Ja, Mann. Nicht mehr YouTube, man kann enden. Fuck you. Aber erst mal Mittelfinger raus, da. Ist der Finger oben, wird man nicht loben. Da hat sich der Panikmeister auch gedacht. Da wollte Ekri wahrscheinlich wieder ein Video sehen. Mann, der soll mal wieder runterkommen. Guck, der macht mit Mittelfinger raus. Was ist das denn? Was ist das denn schon wieder hier für den Schießen? Der zaubert mit dem Mittelfinger, Mann. Oh, jetzt kommt er. Ja, du bist ein bisschen useless bei sowas, ne? Ja, ich lad grad auf. Ja, sehr schön. Der hat gezogen. Und dann hat er auch so, uh. Wo ist er denn? Boah, den zerstören wir richtig jetzt. Eine Walnuss haben wir bei uns, ne? Boah, hammermäßig. Jetzt für Trelle. Gleich für Trelle. Yo. Wie geht das jetzt hin? Ach, da. Optimum. Ja! Alter, Mann. Der hat doch gar keine Chance gegen uns. Da muss Lenüs fliegen. Lenüs? Lenüs? So. Und damit hätten wir das dann auch gegessen. Doch noch nicht. Alter, der hat echt viel. Feuer Dracula, ey. Also nachher ist das ein Boss, gegen den man verlieren muss. Das wär's denn. Vesuvius Level 4 schon. Scheiße. Hab ich mal bei Golden Sun gemacht. Dein Vesuvius Max Level. Oh, geiler Macker. Wenn man bei Golden Sun muss ja den ersten Kampf verlieren. Kann der erstmal wieder runterkommen, bitte? Hallo. Ja? Ich erzähle hier gerade eine Schiene an. Ja, Golden Sun muss mal einen Kampf verlieren. Ja, den ersten Kampf. Den hast du mal gewonnen. Ja. Ich hab mir dann Hacks besorgt. Alter, was geht mit Hacks ab? Ach, die ist tot. Scheiße. Ich hab dann eher das letzte Lebenswasser. Ja, okay. Wir hatten euch noch mal eins. Dann hab ich mir so ein... Dann hab ich mir halt... Ne? Schön die... Datei geändert und hatte halt einfach 999 HP. Und hab dann einfach nicht verloren. Und das Spielabgestütze. Ich glaub, der kommt nicht mehr runter. Der hat ein Problem. Wir werden nicht mehr viel... Ich hab keine Mana mehr. Hast du keinen Mana mehr? Nee. Ah, fuck. Dann muss ich mal einen Eingriff in die... Insel Nix holen. Insel Nix holen. Und sogar noch getroffen. Leider, was für ein Gluck war das denn jetzt, ey? Gluck. Was für ein Gluck. Was für ein Gluck. Alter, Gluck. Sag mal, ey, wir sind jetzt aber auf der Ende, oder? Das ist eine Ratte. Der stirbt einfach nicht, ey. Der hält richtig viel aus. Oh, fuck. Bin auf mich. Yes! No! Fuck you! Jawoll! Sehr schön. Alles entgegen. Alter, Mammut-Part, zwei Bosse gekillt, Tantalus, Action und den Dialog gucken wir uns jetzt trotzdem noch an, weil wir's können. Was im nächsten Part passiert, ne? Nein, nein, nein. Bevor da wieder was fehlt. Und weiter geht's! Die, 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 die. Guck mal, Hagen, abgehalten! Der hat ein bisschen abgehackt jetzt. Ja, und Hagen? Wo ist Hagen? Hagen! Der ist hin. Du kommst nicht hin. No! Nein, nein, nein! Hagen! Also, das ist so ein Rufding. Heck! Lass sie doch! Kannst du also nicht weiter drücken? Ne. Schon gut. Ich bin okay. Ich finde ihn noch. Ja, also, nicht mehr ganz. Du hast ihn grad vor die, vor den Leuten mit der Axt eingezogen. Ach, oh. Oh, läuft. Und jetzt? Wieder durch die Tür hinten? Ja, okay, wach ich mal rein, oder? Nee, gibt's ja locker auf dem Mana-San. Nee. Nee, Mana-San gibt's hier nicht. Doch, du. Achso. Lässt sich nicht mehr öffnen. Okay, ich glaub, wir sind hier fertig. Dann würde ich sagen... Wundertau! Äh, Wundertau und, äh... Das war Marco Granato, das war der Part. Wundertau und ciao! wissen Sie, was war der Fall!